Herzlich Willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das inneren Kind. Warum ist es so wichtig, diese Themen ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unseren Gedanken und unseren Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist? Warum läuft es nicht rund? Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu. Dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit? Entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.